hey leute und herzlich willkommen zu einem neuen roblox video heute zocken wir der crazy elevator so mit dabei ist wieder und nicht schon wieder der denkt ihr euch jetzt aber doch der schwarze muss dabei sein genau der muss einfach ok also wir beide wissen schon mal nicht was hier auf uns zukommt also ich habe schon mal so ein ähnliches spiel gezockt das war auch mit so einem aufzug aber ich weiß auf jeden fall nicht was uns hier drin erwarten wird okay dann gehen wir mal rein kommt was was ach so ich dachte gerade schon ich könnte nicht da rein okay ich schalte den text den chat mal aus so ok der wird wir müssen jetzt hier was also wir müssen wir jetzt hier überleben auf jeden fall oder links oben kann man auf dieses links oben kann man so draufklicken auf das chat symbol ja ok ich hab's ich hab's alles klar gut perfekt oh wie geil schreck das schreck hey wie nice das ist meine mama ja das glaube ich dir sogar nee aber der sieht schon ziemlich nice aus außer dass diese kartoffel als was denn jetzt oh wir können da jetzt ans klavier oder hey also im anderen beim anderen elevator gab's ja immer ein klavier ich weiß es auch nicht vielleicht kommt da gleich auch irgendwie ein killer raus war so dass dann lieber den aufzug eingehen bei schweig obwohl das ist ja ok dass wir da einen aufzug ja ich glaube es wurden wer hat Angst vor dem schwarzen vorne ach so david denn hast du aber schon letztes mal gebracht als wir obby gezockt haben ich weiß aber diesmal passt das sogar irgendwie weil ja wer gewinnt der schwarze oder der mörder der mörder aber aber warte mal sind nicht beide ok ok als ob da hier als ob da jetzt jemand drauf gedrückt hat what the fuck oh mein gott die erde ist explodiert ja aber wieso hat da jemand drauf gedrückt ich hätte gerne gewusst was dann passiert wenn man da nicht drauf drückt ok also ich hätte ja nicht wissen können aber das nächste mal will ich wissen was passiert wenn man dann nicht drauf drückt ich so lange leben der schwarze mann und dann so jemand ja was lief noch mal schweck hat übrigens doch einen phase aber es ist nicht das ist nicht so oh mein gott oh mein gott als ob du da wird ja nein hier wird wahrscheinlich gleich irgendwie lava oder so hochkommen schnell nein hier wasser auch so ein dreck das ist aber auch unfair weil irgendwie ist man da was man konnte direkt hoch wie lame ist das denn man konnte da an so einer leiter hochklettern was das ist lächerlich haa ich hab aber länger als du gelebt du Lappen ey wer ist du naja Lilian Völber sieht die gut aus keine ahnung man wahrscheinlich nicht wahrscheinlich nicht ey nein nein was was ich hab nicht rein lol voll noch glaubst du wieder ja wenn du es bist du denn sie gehören müssen oder jemand ein krokodil schwanz ja das kann man sich kaufen und warte mal ist die schwarz nur einen arm von jetzt war what the fuck das sind sentry towards wieso haben die den nicht getötet wieso haben die den nicht getötet der stand direkt in den strahlen drinnen die kenne ich von portal was da kann man her die ist da gerade hochgelaufen wieso kann dieser langlaufen lieferin alles klar die ist einfach draußen da heißt eine fahne ja alles 77 kommt mir ein bisschen bekannt vor youtube beschreckt ist noch krieg ist mal ich habe jetzt aber wenn man nicht so auf die tastatur junge wer dreht sich da um oh mein gott die ente ich finde es soll mehr sachen kommen die einen töten können das nämlich irgendwie leben gerade außerdem sollte man irgendwie schaffen aus dem auszug raus zu gehen weil wir stehen hier nur rum und das ist mega kaka aus wenn wir schon gerade dabei sind nichts zu tun sondern vielleicht mal zu dritt aufnehmen weil ich möchte eine kollege damit aufnehmen also die kommt zwar nicht mit aber ich glaube die wir schauen wenn es jetzt nicht zu sein äh ok ja können wir ja gerne mal machen also auf jeden fall wenn nee warte pass auf david wenn dieses video ich sage mal 100.000 likes erreicht dann zocken wir mit davids kollegen kriegen wir es hin community kriegen wir es hin jungen du hast erst zwei aber ja wir kriegen obwohl nee ich werde dann nicht so sicher 2 1 0 wir stehen hier nur rum das ist fame Junge gib dich damit ab mein video meine regeln also ich dachte jetzt dass wir deine regeln nur machen nein achso ähm ne leute ihr müsst wissen ich hab david einfach mal mit hier in das spiel reingenommen weil ich schon das manchmal ziemlich amüsant finde was für sachen es hier gibt weil es eigentlich öfters so ähm ja keine ahnung eigentlich gibt es dazu auch noch sounds aber die sind wahrscheinlich irgendwie copyrighted deshalb habe ich wie immer die sounds ausgemacht und ja aber ich denke mal wenn ich das nochmal mache dann werde ich einfach die sounds anlassen und mal schauen ob es copyrighted ist oder nicht weil ohne sounds und einfach nur mit ncs musik ist es ja auch irgendwo ein bisschen langweilig hat david schon recht und herr preiz an dann eben Cada مثon gibt auch hier etwas auf was auf nicht mehr gerade kommen er kommt von giften sollen weil er schwarz ist meinst du nur weil er warte mal nur weil der geld ist nur weil der geld ist willst du mich verarbeiten ja weil der geld ist was bist du von rassisten an spaß ja wir hätten auf China sein können ich gehe wieder rein ich werde draußen ich bin wieder drin du wirst automatisch wieder rein teleportiert das Geld ist dumm alles klar Leute okay dann denke ich mal dass wir jetzt noch ein Video aufnehmen werden oder? auf jeden nur ich sag noch nicht welches also wartet bis morgen oder vielleicht es geht im Ruhmlauf halt dein Maul ne Spaß also wenn euch dieses Video gefallen hat dann seid kein Rassist nein Spaß also flankt den Abo Button genau seid kein Rassist und flankt den Abo Button alles klar Leute stop 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 und nicht Lemonade zu kaufen bei dem Chinesen das ist ja das ist ja doppelt ist das hier eine Noob Factory oh lol das ist eine Noob Factory ok dann bedanke ich mich fürs zuschauen Leute willst du noch irgendwas sagen David ja ok tschüss ja ja WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR